Der Eibisch-G-Absatzzeichen-RT zur Familie der Malbenix und ist daher wie seine Verwandten eine zierde F.R. jeden Garten. Schon seit der antike G-Absatzzeichen-RT der Eibisch zu den hochgeschützten Heilpflanzen. Sein wichtigster Inhaltsstoff ist der Schleim, der in großen Mengen vorkommt. Daher darf man den Eibisch auch nicht kochen, sondern nur als Kaltauszug ansetzen, um die Kaffee des Schleimes zu erhalten. Der Schleim des Eibischs wirkt lindert auf alle Schleimhute, weshalb man ihn hauptsächlich F.R. Erkrankungen der Atmungsorgane und des Verdauungsapparates einsetzt. Auch auf Probleme der Haut kann der Eibisch lindernd wirken, wenn man ihn als Umschlag oder Bad verwendet. Heilwirkung Beruhigend, blutstillend, entzündungshemmend, erweichend, harntreibend, tonisierend, Bronchitis, Husten, Luftabsatzzeichen, Rehenentzündungen, Halsentzündungen, Heiserkeit, Eckeltungen, Mundschleimhautentzündungen, Magenschleimhautentzündungen, Darmschleimhautentzündungen, Magenbesirrung, Magengeschw, BL-Hangen, Durchfall, Verstopfung, Mundgeruch, Blasenentzündung, Blasensteine, Epilepsie, Wunden, leichte Verbrennungen, rissige Haut, trockene Haut, feuchte Eczeme, Bisse, Insektenstiche, Spitter, Furunkel, Quetschungen, Muskelkater, wissenschaftlicher Name. L.C. Officinalis Pflanzenfamilie Malbenüchse, Malbarsee Englischer Name Marshmallow Volksmilichnamen Adi-Wurzel Allee Alte Alter Die Alte Äh Triantenwurzel Eipsche Flusskraut Hallwurz Heimischwurzel Hilfwurz Ipsche Ipsche Samtpappel Samtpappel Schleimwurzel Weiße Pappel Weißwurzel Verwendete Pflanzenteile Wurzel Beelter Blüten Inhaltsstoffe Schleim Dresches L Saponine Asparagin Effedren Gerbstoff Gerbsuhre Kummarine Zink Sammelzeit Wurzel September bis November Die wichtigste Eigenschaft des Albesch ist sein Reichtum an Schleimen, vor allem von der Wurzel. Daher kann man sie barall einsetzen, wo eine einhände, schtzende Wirkung erwünscht ist. Der Albesch hilft in erster Linie gegen Atemwegserkrankungen und gegen Entzündungen und Reizungen der Verdauungsorgane. Albesch-Tee Damit der Schleim der Albeschwurzel gut erhalten bleibt, wird Albesch-Tee als Kaltauszug zubereitet. Dazu vergießt man drei Tee-Absatzzeichen fehl der geschnittenen Albeschwurzel mit einer Tasse kaltem Wasser und der SST den Ansatz mindestens acht Stunden ziehen, behe Nacht geht auch. Dann seiht man den Tee ab und erwähmt ihn leicht auf Trinktemperatur. Auch Tee aus den Blüten und Beeltern des Albeschs wird kalt angesetzt. Von diesen braucht man jedoch nur ein bis zwei Tee-Absatzzeichen fehl pro Tasse. Vom Albesch-Tee trinkt man ein bis drei Tassen Tee glich. Man kann ihn auch zum Spleen und Gurgeln gegen Entzündungen im Mondraum verwenden. Auserlich Albesch-Tee kann man auch auserlich in Form von Waschungen, Bädern oder Umschlgen anwenden. Er hilft gegen leichte Brandwunden, rissige Haut und feuchte Eczeme. Furunkel und sogar Kabunkel werden durch Albesch-Brei-Umschlgen erweicht. Dazu reibt man die Wurzeln fein und vermischt sie mit Honig. Dieser Brei wird auf ein kleines Tuch gestrichen und auf die zu behandelnde Stelle gelegt. Alle zwei bis drei Stunden durch einen neuen Umschlag ersetzen. Kcke Der Albesch eignet sich auch er für den Einsatz in der Kcke. Heer wurden Marshmallows aus den Stängeln, Bädern und der Wurzel des Albeschs zubereitet. Heutzutage werden er für diese Sissigkeit jedoch synthetische Stoffe verwendet. Die gekochte Wurzel ist nahhaft aber fade. In Notzeiten wurde die Albesch-Wurzel vorher gekocht. Aus Bädern und Blüten kann Salat zubereitet werden. Pflanzenbeschreibung Der Albesch ist ins Europa heimisch, wird in Mitteleuropa jedoch gerne in Gärten angebaut. Die mehrige Pflanze wird bis zu zwei Meter hoch. Impfling treibt die Wurzel zu CHST rundliche B-Elter in Boden hee, die nicht filzig sind. Ist es B-TW-CHST der Stängel zwischen einem und zwei Meter hoch? Die B-Elter, die an den Stängeln wachsen, sind dreileppig und haben samtige Haare. Zwischen Juni und Ende August erscheinen die Blüten, die zahlreich in den Blattachseln sprießen. Die FNF-mittelgroßen Blütenblüter sind hellrosa. Die zusammengewachsenen Staubblüter und Stempel sind KF-Tiger GFR-BT und etwa rot-violett. Aus den Blüten entwickeln sich kastenartige Frichte, ähnlich wie bei der Malwe, mit der der Albesch verwandt ist. Sammeltipps Die Wurzel des Albeschs wird im zeitigen Feier oder im Herbst nach der Blütezeit ausgegraben. Die Blüten sammelt man, wenn sie frisch aufgebildet sind. Da sich die Blütezeit der Pflanzenbärmonate hinzieht, werden die Blüten nach und nach gesammelt. Die B-Elter sammelt man erst nach der Blütezeit, denn erst dann ist der Schleimgehalt in den B-Eltern am H-Absatzzeichensten.